Welche Rolle spielt die Kommune in der Migrationskrise? Er hat übersehen, dass das gerade oft die Zentren der Begegnung waren, die so wichtig sind für den Zusammenhalt und deshalb glaube ich, ein ganz wichtiges Rezept für den Zusammenhalt ist, schafft Plätze in den Orten, in den Städten, wo Menschen Identität erfahren können und wo sie sich begegnen können.